Mit Office 365 arbeitest du virtuell. Das heißt, du kannst innerhalb deiner Projekte mit deinem Team über regionale, nationale und kulturelle Grenzen sowie verschiedene Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten. Dadurch bist du zeitlich und räumlich flexibel. Es bleibt dir überlassen, ob du synchron oder asynchron arbeitest und wie du die verschiedenen Office 365 Apps einsetzt und konfigurierst. Mit der Nutzung der Office Mobile Apps kannst du auf alle gemeinsam genutzten Dateien und Präsentationen zugreifen. Sie öffnen, lesen und bearbeiten. Im Hintergrund werden alle Dateien automatisch in der Cloud synchronisiert, wenn ein Teammitglied sie bearbeitet. Egal, ob du dein Smartphone oder Tablet nutzt, du arbeitest papierarm und kannst damit kosten und vor allem deine Umwelt schonen. Office 365 Anwendungen ermöglichen eine bessere Kommunikation mit deinen Teammitgliedern. Das erleichtert deine Arbeit als Projektleiter enorm. Die Anwendungen und Funktionen für die soziale Zusammenarbeit tragen zur Verbesserung der Unternehmenskultur in deiner Organisation bei. Die Apps fördern einen umfassenden Austausch und eine positive Synergie sowohl innerhalb kleiner Projektteams als auch in größeren, komplexeren Mitarbeiternetzwerken. Wie du siehst, ist Office 365 äußerst vielseitig. Je nach Bedarf kannst du die verschiedenen Tools in unterschiedlicher Weise miteinander kombinieren. Mit der Kombination kannst du noch viel flexibler arbeiten, als wenn du jede App separat nutzt. Im nächsten Video erhältst du einen Überblick über die verschiedenen Apps, die Office 365 anbietet.